Als ich ein kleines Mädchen war, sprach meine Mutter von einer Prophezeiung. Davon, dass die Welt in Dunkelheit versinken und sich das Schicksal der Menschheit entscheiden würde. Sie sagte, Gott hätte sich verändert. Er wäre zornig auf seine Kinder. Charlie, nicht wahr? Ja. Wann ist es denn so weit? Ich glaube, es will bald raus. Aber dein Baby? Es wird brennen? Was? Sie werden sich sofort entschuld... Ihr werdet alle sterben! Erschieße! Das letzte Mal, als Gott seinen Glauben an die Menschen verloren hatte, schickte er die Sintflut. Dieses Mal hat er Engel geschickt. Und was jetzt? Der sieht nichts aus wie die Polizisten, die ich kenne. Nicht mal wie die in L.A. Sind sie hier, um uns zu beschützen? Nicht euch. Sie. Wieso mich? Dein Kind ist die einzige Hoffnung der Menschheit zu überleben. Sie sind da. Na toll, Rambo. Sagst du uns auch, gegen wen wir kämpfen? Engel. Klar, dass er dich schickt, Gabriel. Du wolltest ihm schon immer gefallen. Im Gegensatz zu dir. Ich glaube nicht mal an Gott. Bob, er glaubt auch nicht an dich. Sprichst du von der Apokalypse? Ich spreche von der endgültigen Vernichtung. Nein! Sind wir jetzt in Sicherheit? Nein. Ich treche von dir. Ich treche von dir. Untertitelung des ZDF, 2020